Wir, also ihr und ich, wir machen ab dieser Woche ein paar Sachen anders, aber vor allem, wir machen auch ganz viel gleich. Heute sind wir in der vierten Woche, nachdem das hier über die Bildschirme der Nationen ausgestrahlt wurde. Irgendwann halt im November ist hier Schluss und dann gehen hier diese schönen Studiolichter aus und wenn bis dahin nicht quasi einfach irgendeine Lösung entstanden ist. Ja, okay, vielleicht nicht ganz der Nationen, aber viele von euch haben dieses Video gesehen und nicht alle davon werden dieses Video hier sehen, aber das ist okay. Was ist nach vier Wochen jetzt das Ergebnis für die Alpen Academy? Moment, vorher muss ich was dazu sagen, was passiert ist, als dieses Video vor bald vier Wochen veröffentlicht wurde. Das erste, was passiert ist, als das Video vor bald vier Wochen rauskam, war eine Welle der erstens mal auch finanziellen Unterstützung eurerseits. Das war ziemlich beeindruckend und ich kann euch ehrlicherweise nicht in Worte beschreiben, wie dankbar ich auch nicht nur natürlich für die finanzielle Unterstützung, sondern auch für eure zahlreichen Nachrichten, ich bin, ich kann, ich kann nur sagen, Dankeschön, ich kann nur sagen, herzlichen Dank für alle Tipps, auch die mir mitgegeben worden sind, für zahlreiche Vorschläge. Ihr seid nicht nur quasi mit eurem Geldbeutel, sondern auch mit eurem Kopf einfach drauf und dran gewesen, diesen Kanal fast schon alleine zu managen, ohne mich. Und das bedeutet mir sehr, sehr viel. Zum Zweiten habe ich unfassbar viele E-Mails und Nachrichten bekommen. Das war die zweite Sache, die passiert ist und möchte mich auch bei all jenen entschuldigen, die heute keine, bis heute keine Rückmeldung von mir bekommen haben. Ich hänge immer noch, genauso wie bisher, jeden Tag in meiner Arbeit und egal, ob vor dem Computer oder irgendwo unterwegs oder hier vor der Kamera. Und deshalb, ich bitte euch, das nicht allzu persönlich zu nehmen. Das Alpaka und die Alpaka, die Alpen Academy, ich weiß nicht, ob dieses Kürzel eigentlich jemals irgendjemand verstanden hat oder ob dieses Rebranding oder dieses Branding generell komplett in die Hose ging. Was sagst du dazu? Naja, schweigsam wie immer. Was dann passiert ist, ist im weiteren Verlauf sozusagen, dass sich bei mir die ein oder andere Firma auch gemeldet hat, die gesagt haben, ich bin hier Inhaber des Unternehmens XY und ich finde das privat sehr gut, was du machst. Und vielleicht kommen wir auch geschäftlich doch irgendwie zusammen. Das ist zum heutigen Tag noch alles nicht in trockenen Tüchern. Das zweite, was passieren wird, ist, es wird jetzt eine Möglichkeit für euch geben, zusätzliche Inhalte bzw. auch generell einfach nur Support beizusteuern via Patreon oder auch die Kanalmitgliedschaft auf YouTube. Und was ihr bei YouTube bzw. bei Patreon dann erwarten könnt, was ihr da als Bonusinhalte bekommt exklusiv, als Dankbarkeit auch dafür, dass ihr einen großen Teil dazu beitragt, diesen Kanal am Leben zu halten und auch das Projekt so weiter hochhalten zu können und auch die Bildungsinhalte für alle kostenlos zu finanzieren, das erkläre ich euch jetzt. Grundsätzlich gibt es ab sofort die Möglichkeiten, die Alpenberg Academy als Projekt zu unterstützen und zwar unkompliziert und einfach zugänglich. Da gibt es nun zum einen die Möglichkeit via Patreon und zum anderen die Möglichkeit via YouTube-Mitgliedschaft. Es wird vier bzw. fünf Arten von Mitgliedschaft geben, die ich euch jetzt kurz erklären werde. Grundsätzlich, jede höhere Stufe hat sämtliche Vorteile der vorherigen Stufe schon inkludiert und bei jeder Stufe ist es mir wichtig, dass ihr davon ebenfalls ordentlich profitiert. Die erste Stufe ist der Wanderer. Beim Wanderer bekommt ihr zum einen die Möglichkeit, ab sofort die Amberg-Beiträge live nach Fertigstellung zu lesen. Es wird also einen Blog geben, auf den ihr exklusiven Zugriff erhaltet. In diesem erscheinen alle Beiträge immer direkt nach Fertigstellung, sodass ihr nicht mehr zwei, drei Monate auf die komplette nächste Ausgabe warten müsst, sondern immer wieder neue Beiträge lesen könnt. Der Blog startet mit der Fertigstellung des ersten Beitrags für die nächste Ausgabe. Außerdem werden alle Unterstützer im Abspann, welcher ab Dezember in den Videos integriert sein wird, schriftlich erwähnt. Alle Unterstützer werden also je nach Mitgliedschaft sortiert, in jedem Video des Monats, je nach Mitgliedschaft dann auch angezeigt. Die zweite Stufe ist der Bergsteiger. Beim Bergsteiger gibt es alles, was ihr jetzt schon gehört habt und zusätzlich noch Zugriff auf den neuen exklusiven Behind-the-Mountains-Podcast. Dieser Podcast beinhaltet viele Hintergrundinfos zu den letzten Videos des letzten Monats. Ausführliche Einblicke in die Recherchen, die Arbeit im Hintergrund, meine privaten Touren, Ideen für Videos und Co. Viel Behind-the-Scenes, viele Entstehungsprozesse auch von zukünftigen Projekten. Die dritte Stufe ist der Alpinist. Hier bekommt ihr wieder alle Vorteile von den anderen Stufen bisher und zugleich werden die Videos ab sofort auch immer bei Patreon hochgeladen sein. Und ihr könnt sie dadurch komplett werbefrei sehen. Keine Werbeunterbrechungen mehr für die Alpinisten. Außerdem gibt es die Patreon-Beiträge, bei denen ich mein Leben in den Bergen mit euch ein bisschen teile. Alpenback Academy privat, wenn man so will. Bilder und Beschreibungen meiner Touren teile ich, Trainingspläne teile ich und vieles mehr zeige ich euch. Zuletzt gibt es noch den Pio Ledor-Gewinner, die höchste Güte-Klasse der Alpenback Academy-Unterstützer. Der Pio Ledor-Gewinner erhält in den monatlichen Alpcasts im neuen Unterstützer-Blog eine eigene Erwähnung als Präsentator der Folge. Ihr könnt dann für jeden Alpcast eine Nachricht, einen Kommentar, eine Kritik oder einen schlechten Witz bei Patreon einsenden und dieser kommt dann in die Alpcast-Folge. Jetzt eine wichtige Anmerkung für alle, die kein Patreon nutzen wollen. Alle Benefits, die euch gerade genannt worden sind, gibt es sowohl bei Patreon als auch als YouTube-Kanal-Mitglied. Bei YouTube funktioniert es zum aktuellen Zeitpunkt leider nicht, dass ich für Mitglieder die Werbeeinblendung deaktiviere. Ich weiß nicht, ob und wann dieses Feature nachgereicht wird. Eine kleine Info noch für euch zwecks Transparenz. YouTube behält mehr Gebühren ein als Patreon. Wer will, dass mehr bei der Alpenback Academy ankommt, macht es also besser über Patreon. Wer lieber komfortabel über YouTube alles regeln will, macht es besser über die Kanal-Mitgliedschaft. Das ist nun das offiziell neue Konzept der Finanzierung. Zumindest für den ersten Teil. Das Ganze geht nun in einen Testbetrieb bis Mitte Januar. Dann wird nochmal ein Update nachgeliefert, wie es weitergeht. Somit kann ich sagen, alle Videos, die bisher hätten kommen sollen, beziehungsweise bis jetzt gekommen sind, werden genauso weiterhin für alle verfügbar sein. Das heißt, es gibt nur kleine Bonus-Inhalte für alle Unterstützerinnen und Unterstützer. Gleichzeitig seid ihr natürlich auch dafür verantwortlich, dass alle kostenfreien Kanal-Inhalte auch weiterhin kostenfrei bleiben. Ergo, all diese Benefits gehen auch einher mit der Tatsache, dass es somit weiterhin die ganzen Videos auf dem YouTube-Kanal für alle frei zugänglich geben kann. Zum Schluss, damit das Video nicht elends lang wird, in aller Kürze. Ich möchte mich nochmal bei allen von euch bedanken. Für die finanzielle Unterstützung, für die Ideen, die Tipps, die Nachrichten und auch natürlich die netten Worte. Jeder einzelne von euch und jede einzelne von euch ist Teil dieser Community und ich weiß das sehr zu schätzen, dass ihr diesen Kanal scheinbar sehr zu schätzen wisst. Am Donnerstag gibt es deshalb eine Spezialfolge zu Legenden im Porträt und natürlich am 1. Dezember dann auch für alle Bergsteiger, Alpinisten und Co. bereits die erste Ausgabe des Behind the Mountains Podcasts, um noch mehr Geschichten und Infos zur Legende im Porträt und allen weiteren Videos in diesem Monat zu bekommen. Wir sehen uns dann. Wie immer wünsche ich euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit und Bergheil!